Fünf Sterne. Oh shit. Der guckt doch das Geld an unten. Wer fährt denn denn den Pinken? Der guckt doch. Der guckt doch. Ich kann nicht sehen, Frankl. Wo geht's? Ich bin auf dich. Er ist mit uns. Stay with me. We'll be fine. Cops are applying pressure. Hold it together. Cops blocking the road. Cutting through the construction yard. Frank, you still with us? I can't see you. Okay, Trevor is in cool now, though. Oh. Oh. Okay. Keep going straight through here. Let's do it. Oh. The cops are getting risky. Left up here. Take it right here. Leave away. Meine F-Tassen drehen durch. Here's the tunnel. Oh, this works. Oh, alright. Get yourself out of here. We'll never get away. Frank came behind us. Hey, this driver sucks, man. Fucking trucks all over the road. There's our trucks. T, you and me. We take the left one. Hut. Nice. I don't see the vehicles. Okay. Seal the tunnel and get a ground team in there. Stack. Oh, yeah. Okay. Those guys will take care of the metal. Lester is meeting us at my place. Alles hat sich um die Hel... um viertel verbessert. Hang on. We're just leaving the goal. Yep-er. Hundreds of millions of dollars worth of gold. Hey, T. Have a little faith. What? Faith? In you, buddy? Alright. In Lester. In the process. Come on. We've been through it a million times. Any fool can take a score. It's getting away clean that makes the difference between those who walk free and those who do not. Man, I wouldn't know what to do with that shit. I'm guessing you wouldn't either, man. I'm sorry. I just have some trusting issues right now, Franklin. If we get away with this, if, and it's a big if, man, then I can finally really retire. Watch it, Frank. Michael likes to retire with a very interesting exit strategy. Come on, man. I mean, we just took the biggest score in the history of scores, and you bitches just want to moan. My mama never loved me. My friends never loved me. I'm mad because I'm rich. I'm sad because I'm successful. Man, this shit is pathetic. Both of you. Oh, I'm so sorry. Hey, we did it, assholes. We did it. Oh, yeah. Oh, yeah. Es ist ja die Frage geworden, erkenne ich, wie das Spiel zu Ende ist. Oh, die credits nicht durchlaufen. Die credits durchlaufen war es das. Oh, da kann ich ja ein anderes Spiel anfangen. Eins, was hoffentlich nicht abstürzt. Wenn jetzt das Spiel übrigens abstürzt, ne, dann darf ich das alles nochmal machen. von Anfang wo wir den Überfall gemacht haben also wo ich bis zum H gefahren bin von dem Punkt aus bis hierher dann darf ich das alles nochmal spielen ist das nicht klasse? deswegen schwitze ich auch so doll ich habe Angst dass mir das Spiel jetzt gleich verreckt an irgendwas Blue Screen hängenbleiben ich muss mal mit dem Monitor mal sauber machen ich sehe überall schwarze Punkte ich spucke zu viel beim reden so Alter das war ein Raubüberfall ey nicht schlecht und wenn das verkauft wird ja ich glaube wir sind dann wirklich die reichsten Leute aus ganz San Andreas dann brauchen wir gar kein Geld mehr ne ich weiß nicht was ich denn mache mal gucken vielleicht spiele ich offscreen noch weiter offscreen werde ich definitiv noch ein bisschen weiter zocken sicherlich aber per se ist das Spiel ja cool aber es kriegt nicht die volle Punktzahl muss ich sagen wegen dem abstürzen so aber ich weiß nicht mein PC ärgert mich auch immer wieder wir sind da Jungs und Mädels Jungs Lester wir haben gerade gemacht historie ah ich will nicht fragen eine dumme Frage hier aber wo ist die medel ich habe es auf dem Lockdown für ein paar Tage während ich waiting für den go-ahead zu melt es und move es wo 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 genau wo ist wo ist das Punkt sagen wir sagen dass jemand getrennt wo ist die evidence oder wenn jemand gets any silly ideas und dann wird es nur futile so wir können es einfach zu nehmen wunderschön dass es ein paar Tage bevor Judas hier zeigt seine lieben Farbe wirklich jetzt ja jetzt sugar warum du wirst du einen Moment während du sitzt auf dem großen schwarzen Geld um schlapp und und dass was getan ist getan was was du sagst das ist das ist eine gute Zeit Fuck you, man! Hey, 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 hey! Für ein paar Mid-West-Stick-Up-Artisten, Sie haben sich ein Paar von Wiener West-Koast-Dosebaggen. Was ist denn mit der West-Koast? Oh, nichts. Ich liebe es hier. Jeder ist so... bei der Sonne, dass wenn Sie ein drei-syllable sagen, Sie denken, Sie sind Professor. Man, fuck you! Ja, fuck you, ihr High- und-Mighty-Weasel! Und Sie, nicht mit diesen ganzen Idioten! Hey! Leave Lester alone! Oh! Oh, du und Lester zusammen? Oh, das macht fucking Sinn! Oh, für fuck's sake, man! You all are asshole! Man, I gotta go calm down, homie! This shit was real illuminated! Franklin! Sorry! Come on back, have a beer or something! Das große Ding... Och, ist das ne Menge Geld. 24 Millionen. 60% Treffgenauigkeit! Ich bin gut! Achso, ich soll doch fahren! Bei dem hat's so getan, dass soll ich nicht fahren! Warum fährt Franklin in die Richtung? Ich will in die andere Richtung fahren! Ich will in die andere Richtung fahren! Jetzt fühle ich mich sicher! Ja, ich hab echt Angst dabei! Ja, ich hab echt Angst dabei! Ian, all the inches! Wenn Franklin da schon mal dabei ist, können wir ja da mal hinfahren, ne? Für die zwei Kilometer-Handshafter nutze ich jetzt gar kein Taxi! Was hat das für ein Geräusch auf der linken Ohre? Oh, das war fast der Latentfall! Kennt ihr noch den Punkt beim Endscreen, der so lustig ist? Müsst ihr mal drauf achten, wenn die Folge in 10 Minuten oder in 5 Minuten zu Ende ist! Da fährt Franklin, glaub ich, hinten gegen den Lastern voll auf die Gleise! Okay auch! Ich fand die Szene so lustig, deswegen hab ich sie mit reingeschnitten! Ja, jetzt ist die Frage, wie viel Statistik habe ich denn jetzt? Das war... Ah, noch eine Mission! Dann soll's gewesen sein! Ich will jetzt auch nicht sagen, das Spiel war kurz! Also das, äh, denke ich mal, kommt sogar schon hin! Von der... Storyline! Abonation! Interessiert mich eigentlich gar nicht! Kann mein Handy nicht aufrufen! Ja, da ist mir GTA gleich mehrmals abgeschmiert! Ich hab versucht, das Spiel zweimal neu zu starten! Und immer an derselben Stelle... ...friert's ein! So wie ein Taxi rufen! Mach die Tür auf! Nigga in da Haus! Da steht Matt! Boah, ist denn das Boxen von... ...das DJ? Okay? Shhhh... Ja, ich bau hier schon auf! Äh... Bin ich jetzt reich? Oh ne... Was du willst? Du hast mein Geld, Punk? Hey! Du hast etwas Kokonate oder so? Ich brauche etwas Elektrolyte! Ich brauche dich jetzt! Oh ne... Ich brauche dich jetzt! Aber es ist Personal! Aber es ist Personal! Aber die Feds, man! Die Feds haben gesagt mich zu töten Trevor! Und ich kann natürlich nicht töten sie beide! Die Feds! Steve Haynes! Dave Norton! Ich habe eine Shopping-Mall-Malse! Ich würde nicht die zwei Clowns in das! Und ich mache eine Telefon-Call, und ihre Karriere sind vorbei! So, du kannst A, Liste zu einem 50-Gran-A-Year-Pension-Hunter oder B, B, oder B, oder B, oder C, oder oder und meine Antwort ist, Mann, du weißt, Du weißt, du weißt, Mann! Deine Antwort ist, aber das Zeit sind so. Du schaust an das. Ich habe einen Triathlon Die arme Tür. Deine Wahl. Oh, ernsthaft. Er würde hier etwa erledigen. Das kann doch nicht wahr sein. Was soll denn der Scheiß? Ich würde ja schon fast sagen Trevor erledigen, weil der Game ist sowas von auf den Piss. Ey, was soll ich nehmen, Leute? Ich bin scheiß. Das ist doch unfair. Vor allem, du kannst jetzt nicht mal nachlesen. Mal gucken. Was sagt denn das kollektive Gedächtnis? Es wird Todeswunsch empfohlen. Ja. Todeswunsch. Wird hier zumindest gesagt. Und das soll die geilste Mission sein? Also, hätte ich auch fast von vornherein gewählt, weil... Franklin ist doch... Der ist mehr so der... Der selb... Naja, der selbste lose Typ. Ja. Lester wird direkt angerufen, okay? Natürlich will ich speichern. Wer nicht speichert, stirbt. Oder wer stirbt, ist schlecht. Warum steht mein Auto hier? Ich ruf gleich direkt ein Taxi, weil ich hab Angst, jetzt zu Fuß da hinzufahren. Öp. Hey, ich brauche einen Kaffee. Auf den Weg, Sir. Danke, dass du dich anrufst. Ich werde hier sein. Hier, nehmen wir die Post raus. Oh nein, die Ammunitionen... E-Mir ist schon wieder. Ich hab so das Gefühl, die ist schuld daran, dass hier... ...alles den Bach runtergeht. Cool. Kommt aus Taxi angefahren. Wo sind Sie, Mann? Lester. Elboro High. Lester. Und zwar pronto. Ich denke mal, es ist eine gute Wahl, die Mission zu nehmen. Es werden aber auch zur Ammunition, weil... ...die Munition, die Frankland hat, ist nicht mehr so rosig. Was ist die Panik, Bro? Was für die Scheiße denkst du? Man, imagine a fucking scenario that will fuck things up the worst. Boy, my mind is just racing. But, you know, I don't want to say something that's really exciting... ...and then you have to act all deflated and say, no, no. It's just that somebody got the same tattoo I got. So, why don't you just go ahead and tell me? Some motherfucker wants me to kill Michael. Some other motherfucker wants me to kill Trevor. I feel like I can't kill both of them. Man, I'm fucked, man. I don't know what the fuck to do right now. Damn. Well, I can see that. Who are the motherfuckers? Steve Haynes. This angry motherfucker from the F.I.B. Yeah. Um, Devin Weston, man. You know the, um... Oh, that angry rich fucker from whatever hole he hibernates in. Exactly. All right, all right. I say... ...kill Michael, then kill Trevor. Man, are you for real? You're fucked, you know? I don't know. You know everything, doll. I know, okay? But I'm sorry. I guess this is it. You know, I'm doing my best, man. I don't know how you can deal with both of them. I know, man. Shit. We're fucked. Every single one of us is fucked. Unless... Okay. Steve Haynes. ...is under a lot of heat because of the shootings at Court Center. And Devin Weston is A, known to be a major asshole. And B, known to be friendly with Don Percival, who runs Merriweather. I think, actually, Weston owns a piece of Merriweather. Right, 11%. Pretty good for a pseudo-liberal owning a private army. So, they would both love to be involved in capturing the bullion that we just lifted. If I tell them both, that you boys are at the foundry and where you're at heights melting it down, then maybe, maybe, both of them will pay you a visit and bam, we turn it into a bust. A bust? I ain't got no better ideas. Alright, I'm gonna get in touch with Michael and Trevor. You go to the foundry and get yourself set up. I got you. Alright. Der Kopf der Bande. What's up, Homie? Man, things are kind of fucked up right now, dawg. It's all good, nigga. Who better to have in a fucked up situation than a fucked up fool like me? Man, that's what the fuck I wanted to hear. Hey, look, I'm coming to your crib to get your ass. I'm here. I think Lester is kind of a character cult. Während the others can't do anything, he plans everything. And it works, what he plans. That's what he's doing. Okay, well, I'm going to get in touch with Michael and Trevor. Okay, well, I'm going to get in touch with Michael and Trevor. I'm going to get in touch with Michael and Trevor. No, we can't get in touch with Michael and Trevor. Okay, that's the idea. Then we're going to get through. Ich dachte, wir fahren nochmal schnell zur Ammonation. Kaufen uns reich. Ammoni. Aber gut, hat sich dann erledigt. Da werden die Lichter geladen. Man, ist die Bremsen gut. Where are we going? We, uh, heading to the foundry place. Hey, look, hear me out, man. If it's too heavy for you, you can back out. No drama. Hit me with it. Man, we got a real problem, dawg. My boys, man. Well, we trying to save them. You actually doing something for your homies for a change? Hell yeah, I'm in. Who want to clap your homies? Who don't, nigga? These Chinese dudes, some F.I.B. cast, the rich white asshole who scammed us on them cars. Devin Weston? That punk bitch? Why didn't you say we was creeping on him? We ain't creeping on him, nigga. Least I don't think he gonna be there. We got to take all the heat he can throw at us before we worry about how we coming back on his ass. But you is coming back, right? Oh, hell yeah. We creeping on that fool. Oh, so you ain't the Mercurial motherfucker you frontin' ass, huh? Man, I'm just trying to make something about myself, dawg. That don't change who my homies are, nigga. It don't change my family. Shit, nigga, you getting me all emotional now. Nigga might have to stop me from sucking your dick, nigga. Oh, please, nigga. Fuck off. Man, every fool in this town got somebody who want him clapping. Yeah, but that applies to some fools more than others. I heard that. Nigga, I'm talking about you. Everybody in this town want to take a pop at your ass. He's lining up, camping and shit, trying to take a shot at the big cheek. Ain't that the truth. But ain't nobody pissed off as many motherfuckers as Michael and Trevor, dawg. Shit, nigga, you play big, you standin' loose. Yeah, ain't that the truth. Look, man. Michael and Trevor, they should be inside. Can you stay out here and let us know when the bad dudes is coming? I got it, man. Aha, let's go. Da tun wir mal so, als würden wir Gold einschmelzen. Ah, da oben steht schon einer. Ah, ich seh schon das Problem. It'll get the job done. That gun? It makes me think this is a setup. It is a setup. We're setting up Meriwether in the... Hey, man, what the fuck am I doing? Risking my ass, trying to save y'all ass if we just gonna kill each other. Hey, you're not saving me. You're saving him. No, you're saving this fat fuck. Man, y'all gotta keep y'all fucking heads right at end this shit. If not, man, I'll put bullies in both of you motherfuckers. Hey, they here? I know them when I see them, homie. They creep. All right, good. Y'all hear that? Now, if you're doing this shit, man, it's either now or never. Come on, Trevor. Oh. Fuck it! Nah! 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 Where do you want me? All right, man. You go over here. All right, where do you want me? You hold your position right there. Okay? I'm gonna go over here. Through the building. Watch your stacker. Chill, man. You gotta wait. Here we go! We finish things here. On the way up! Oh. Das ging schnell. Todeswunsch ist gut. Hat gut geklappt. Hehehe. Tja. Oh, ich seh schon, die Folge ist ja überlang. Ich mach' einen Cut. So. Amen. 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 Amen.